Hallo Menschen und herzlich willkommen, euer Science of Survivor wieder hier mit einer gediegenen Runde. Hans Showdown, Pascal, Karsten und ich sind mal wieder unterwegs gewesen. Schon eine etwas ältere Runde wieder. Ja, war jetzt nicht sonderlich spektakulär. Man hat halt seine Kills gemacht und ist wieder raus. So, bleibt mir euch nur viel Spaß zu wünschen. Abos und Likes wie immer willkommen. Wurde mich auch sehr über Kommentare freuen. Und ja, bis dahin und habt viel Spaß mit dem Video. Wir sehen uns. Jessie, bleibt gesund. Wir sind voll schlank. Ich sage, wir sind auch schlank. Wir sind voll schlank. Genau. Voll schlank. Was ist das? Ich habe das. Ehrlich? Ja. Achso. Mal einen. Warte mal, kann ich mal eingeben. Voll schlank. Aber meiner Meinung nach heißt das koppulent. Aha. Ja. Naja, ich bin ja nicht groß. Ich kann, wenn ich dick wäre, dann wäre ich eine Kugel oder sowas. Achso. Naja, 1,74 ist doch jetzt schön. Nö, das ist klein. Nö. Klein wärst du, wenn da eins. Ich hatte einen Kollegen gehabt, der war 1,55 groß. Achso. Naja. Ja, aber Mann ist ja meistens, ja, so von, ja, 1,75 bis, ja, 1. Ich habe auch einen Kollegen, der ist 1, auch so 1,74. Ah, hinter dir? Ja, warum? Warum kommen die zu mir? Warum? Der ist 1,74 oder 1,75 groß und 1,75 Kilo, der ist schlank. Ja. Ja, 1,75, ja, das bin ich auch so ungefähr. Ich bin auch bloß 1,80 groß, so nicht gerade sehr. Nö, 1,80 ist doch cool. 1,80 ist doch cool. Aber du kannst doch Hackenschuhe anziehen, dann bist du genauso groß. Ich habe mal einen gesehen, der hat Hackenschuhe an. Alter, ich dachte, was ist mit dem los? Kennst du doch die Platurschuhe, die es mal früher gab, mit so gut dicken, harten Hacken? Ja, nur von Bildern irgendwie. Ah, scheiße, die muss ich so nehmen. Nein, nicht. Das ist so schlecht. Okay, nee, alles gut. Ich hatte das für Jugendweihe, hatte ich auch so eine Hackenschuhe an, so eine Platurschuhe irgendwie. Aha. Ah, Jugendweihe kennst du nicht, ne, Pascal? Wen, was? Jugendweihe, kennst du Jugendweihe? Hast du auch Jugendweihe gehabt? Nee, nee, nicht. Obwohl es eigentlich eine gesamtdeutsche Errungenschaft ist, ne? Ach so, ja. Jugendweihe ist ja von 1848 irgendwie hervorgegangen. Ich weiß nicht, was das ist. Was ist das? Das ist so wie Konfirmation ohne Kirche. Hm. Heute nennt sich's Lebenswandel. Oder nee. Oder in so'n Scheiß. Oder in so'n Müll. Hat er in der Heilung gesehen? Nee. Und ich guck mal. Hat er den Glue gesehen? Nee, der ist ja, allein ist es. Hm, dann müssen wir da hin. Wir müssen abfangen. Abfangen? Ja. Ja, wir gehen rüber zur Kapelle. Na, könnte man auch mal machen. Ja. Kapelle. Ich liebe meine Kapelle. Da ist ein Wasserteufel. Ja. Da sind welche. Den hab ich getroffen. Ich auch. Einen. Hat nen Hit. In der Armbrust einer. Hab auch einen. Nee, bei mir ist einer mit Schrop. Doppelläufiger. Welche Nummer bist du denn? Äh, zwei. Hier hinter war der. Ja, er quäl ist. Ich quäl. Abstaure. Mhm. Aua, hat er schön Headshot gekriegt. Alle drei? Haben wir alle drei? Jetzt nicht. Ah, das ist der Typ in der Armbrust? Ja. So aus. Ja. Also, haben wir drei Stück. Ja. Oder zwei. Nee. Ich kann's looten. Du, hast du gelootet? Kannst looten. Nee, hast du. Äh, nein. Nee. Ach, loote die noch. So. Oder hat, ähm, wenn ich denn so nicht so sch- Ah, ich kann doch nur looten. Wolltest du nicht looten, äh, Pascal? Doch, aber ich will sicher gehen, ob drei Stück tot sind. Da kostet einen erschossen. Ich hab den hier, glaub ich, erschossen. Und weiter? Lootet mal und dann verbrennen wir die in den jetzt. Und weiter? Naja, werden wir gleich sehen. Wir können's locker. Verbrennen den da hinten. Hast du Feuer? Da wir bloß zwei gelootet haben, denk ich, dass wir bloß zwei erschossen haben. Also doch zwei. Mhm. Weil ich mein, ich hab hier hinter was gesehen. Ja, wir müssen auch nochmal hin. Ich weiß natürlich nicht, wo du hingerannt bist. Wenn das so war, weiß ich natürlich nicht. Hat einer eine Granate für den Dicken? Ne Haftbombe, ne. Ach doch, ich hab eine. Ich hab eine, zufällig. Hier ist ne Kasse drin. Nehmen wir mal. Könnt ihr beide nehmen? Ne, ich Prestige heute noch. Achso. Hier ist ein Dicker. Ey, wir müssen denn uns auch mal die abfangen da. Da ist ein Dicker. Da müssen wir mal gucken. Ich hab nur ne Haftbombe, die würde ich eigentlich vom Boss aufheben, dachte ich. Ich hab auch ne Haftbombe. Ich mach auf die jetzt dann noch über eine... Dann klatsch ich den Dicken da weg. Ne, ne, ähm, Bärenfalle noch auf, auf die Leiche. Kann der andere sehr aufheben. So, ich... Okay, lasst uns... Ja, was machen wir denn jetzt? Stillwater? Stillwater. Okay. Ich hab grad nicht geschossen, wäre das nicht so schlimm. Ja, hier sind welche. Hier sind welche. Oh, hau ab da. Ja. Und tot, ey, meine Pusse. Oh, scheiße. Pass auf, Gast. Nicht, dass du da erschossen wirst jetzt. Die sind im weißen Haus links. Ach da. Hast du einen erschossen? Ja, ja. Oh, schön. Okay, jetzt. Der hat dich erschossen, hat der auf dem Dach. Ah, dann vielleicht war das doch nur der. Ich weiß es nicht. So. Guck mal einer, ob es rot noch ist. Ich war zu weit weg vom Boss. Ist rot. Okay. Dann müssen wir Haus für Haus durchkämmen. Ne, da wird es wahrscheinlich noch da drin sein. Vielleicht noch ein Rumpel oder sowas. Ich weiß nicht. Oder machen die den Boss grad unten? Ne, ich hab bloß ne Fackel runtergeschmissen. Habt ihr gehört, wo er ist? Rechts. Ja. Wer denn hier? Der ist mit dem Drei. Oh, scheiße. Wer denn hier? So, ich wurde angeschossen. Da drin, der hat bloß ne einfache Schrotflinte. Ja, ja, aber ich muss mich erstmal halten, weil ich... Oh, jetzt noch einer mit ner Armbrust. Ja, und der hat ne ganz einfache Schrotflinte und die Armbrust. Den kriegst du mit nem Messer. Messer denen am besten. Der muss dann bei mir drin sein. Ne, ist nicht. Ist nicht? Doch, jetzt war einer. Der kommt, der kommt, hau ab. Der ist tot, jetzt hundert er auf dem Dach. Boah, du blöder Zombie. Danke. Bitte. Der wirft was. Der ist runtergesprungen. Dahinter ungefähr. Ja, den habe ich ja auch verloren. Wo war der? Da war der vorne. 200 ungefähr. Oh. Hier hinter wohl. Ja, ja. Oh, nochmal hier drauf und die Sau dahinter. Wie war's, wenn der KD hat der? Äh, 0,9. Ja, ja, wir haben drin. Dann müssen wir den Boss jetzt machen. Ja. Jetzt ist er auf weiß wieder. Okay, merci. Kannst du, glaube ich, nicht mehr looten? Nee. Dann nimmst du einen anderen, den der Carsten nicht, der Matthias nicht genommen hat. Mhm. Ja, den habe ich noch nicht genommen. Okay. Dann nehmen wir beide den und den oben auf dem Dach nimmst du dann mit dem Matthias. Ja. Ja, mein Gott, weg jeden. Nö, mir geht das ja auch um die... Gerechtigkeit. Nein, Medikits. Achso. Ja, habe ihn bekommen. Sehr schön. So, ich gehe mal runter und mache den Boss. Bist du nur aufs Dach gekommen? Wo sind die Leiter hinten? Nee, das ist eine Treppe drin und musste raus. Auf diesen Vorbau und dann ganz da hinten aufs Dach. Der wurde schon halb gemacht. Oh, das ist doch schön. Also weiß ich nicht, ob ich den treffe, den Boss. Ich gucke mal, mach mal Axt. Ich habe doch irgendwo einen gesehen. Jetzt weiß ich auch nicht mal, wo es war. Was habe ich noch? Splitterbombe, Blendgranate. Na, wird schon eine Axt drin liegen. Na, Hammer. Ja, getroffen. Sehr gut. Ich hoffe, der kriegt ja auch Schaden. Hau ab. Oh, nice. Du musst unter 1 stehen und soll ich kurz mit dir da durchgehen? Na, wenn du es nicht siehst, dann weißt du, dass du volles Leben hast eigentlich. Achso. Wenn du verletzt bist, zeigt es dir ja immer permanent an, dass du verletzt bist. Ja. Ich lasse dir das alles immer durch anzeigen. Muss Gewissheit haben. Das wäre ja keine Kasse. Also hier auf jeden Fall nicht. Nee, und jetzt steht ja vor dem Medikit. Und genau, wenn jetzt hier so ein Tätig voll wäre, dann genau. Ja, aber du kannst es ja unter Optionen aber permanent anzeigen. Was denn? War auf dem Dach am Laufen, dann war ich unter im Haus, dann war ich wieder auf dem Dach drauf. Achso. Ich geh mal zu Madonna und guck mal, ob die noch da liegen. Ja, aber sei vorsichtig. Ja. Und, zockt er gleich mit dir? Denke schon, ja. Ich hab gesagt, es soll Discord kommen. Weiß ich nicht, ob er sich jetzt dann hier reinhaut, weil er denkt, dass er uns stört. Ja, und dann nochmal wieder spielen wir halt jeder Duos. Vielleicht begegnen wir uns, ja. Hab ich mir auch schon mal überlegt. Wir müssen zusammengehen, so viert. Geht gleich. Doch, geht, wenn du gleichzeitig drin kommst. Ja, das wär's. Mit 3 zu 1, nee, haben wir früher gemacht. Aha. Echt? Oh, Micha. Oh, wieder raus, raus, raus. Der Kopf schafft es nicht rein, Karls. Raus, 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 raus. Nein, ihr seid weg. Das hab ich ja noch nie gesehen. Vom Erdbooten verschluckt. Ja. Du hast zu langsam am Extraction Point. Ja, ja. Dadurch noch gesehen, wie die 2 verschwunden sind. Ich bin noch rausgerannt, aber Karls hat's nicht mehr geschafft. Nee. Das hab ich ja noch nicht erlebt. Hm, ist schon freundbar. Aha. Da war ich ja bei der Dobe. Ja, wollen wir das mal versuchen? Zu viert? Können wir machen, na klar. Das ist echt doof, ey. Ich würde ja mich kaputt lachen, wenn das klappt. Und wir dann sollen das Spiel. Verklippt's. Also du müsstest dann mit Mecha zusammen? Mhm. Also dann müsste ich praktisch dich rausschmeißen, oder? Na, ich geh raus. Oder so. Mhm. Und dann müsstest du mit dem Mecha zusammen? Und dann? Ja. 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 Vielen Dank.